Meine Übersetzung, nur was quält, zählt. Mythos oder Wahrheit, Dehnen muss wehtun, damit es was bringt. Unserer Erfahrung nach dehnen die meisten Menschen zu sachte. Es gibt so eine ungeschriebene Regel, die heißt, höre auf mit dem Dehnen, wenn es anfängt wehzutun. Ich sage nein. Es muss ein bisschen wehtun, es darf aber nicht zu sehr wehtun. Wir definieren das ganz klar und sagen, es muss so wehtun, dass du es gerade noch positiv als Wohlfühlschmerz wahrnehmen kannst. Dann bist du unserer Erfahrung nach in einer Effizienz des Dehnens, die viel, viel mehr bringt als nur ein bisschen zu dehnen. Wenn du immer darauf achtest, dass es gerade noch gut erträglich ist, dann kannst du dich auch nicht beim Dehnen verletzen, weil das dann die Grenze ist, die dein eigener Körper dir vorgibt. Hättest du das so eingeschätzt? Bitte verrate es uns in den Kommentaren.